Hallo, mein Name ist Alex Fischer und in diesem Video geht es um die Definition des Wortes Bauanzeige. So, was ist eine Bauanzeige? Eine Bauanzeige ist eine Anzeige dem Bauamt gegenüber, also sprich, man teilt dem Bauamt mit durch ein Schriftstück, dass man jetzt mit dem Bauen beginnen will. In ganz seltenen Fällen kann es sein, dass die Bauanzeige direkt vom Architekten oder Bauingenieur verfasst wird und einfach nur das Bauamt informiert werden muss. Üblicherweise ist es aber anders, nämlich in 98% der Fälle braucht man für entsprechende Umbauten eine Baugenehmigung und die Bauanzeige liegt praktisch der Baugenehmigung, zumindest bei den Bauämtern, die ich kenne, schon bei, allerdings nur zum Ausfüllen. Das heißt, dort ist schon ein Schreiben, steht oben drauf Bauanzeige, das füllt man dann aus, ja, heute am so und sovielten Tag, starten wir und so weiter, füllt man einfach die Daten ein und bezieht sich auf die Baugenehmigung, schickt das ans Bauamt, gibt es also als vorgefertigtes Formular direkt von der Baugenehmigung mit, wird von der Gemeinde mit zugeschickt. So, warum möchte die Gemeinde diese Bauanzeige? Ganz einfach, weil die auch Außendienstmitarbeiter haben und dann eventuell schauen wollen, ob auch alles stimmt, ob ein Bauschild vorne dran ist, ob die Regeln eingehalten werden, etc. Das Bauamt möchte einfach wissen, was läuft, daher die Bauernzeige. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen hoch freuen bzw. einen positiven Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Alex Fischer. 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 Zuhören, dein Alex Fischer.